Lektion 1. Drama im Gerichtssaal Guten Tag, Anna. Kann ich Sie etwas über das Rechtssystem fragen? Absolut. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe diese Zivilklage in den Nachrichten verfolgt und bin etwas verwirrt, was die Beweislast angeht. Ah, ich verstehe. In einem Zivilprozess ist die Beweislast geringer als in einem Strafverfahren. Wirklich. Ich dachte, es müsste in allen Gerichtsverfahren zweifelsfrei bewiesen werden. Nicht ganz. In einem Zivilprozess muss der Kläger seinen Fall nur durch ein Übergewicht an Beweisen belegen. Überwiegen die Beweise? Kannst du das etwas genauer erklären? Sicher. Im Wesentlichen muss der Kläger nachweisen, dass seine Version der Ereignisse mit größerer Wahrscheinlichkeit wahr ist als nicht. Okay. Ich glaube, ich verstehe. Also muss die Schuld des Klienten nicht zweifelsfrei bewiesen werden? Exakt. In einem Zivilverfahren ist der Standard viel niedriger als in einem Strafverfahren. Faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass es einen so großen Unterschied gibt. Danke für die Klarstellung, Anna. Gar kein Problem. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, den Unterschied zu erklären. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere rechtliche Fragen haben. Das werde ich tun. Das war wirklich aufschlussreich. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Lektion 2. Geheimnisse eines Einkaufsbummels Hey, Anna. Kann ich dir über etwas den Kopf zerbrechen? Natürlich. Was beschäftigt dich? Nun. Ich plane mit meiner Familie einen Ausflug ins Einkaufszentrum und ich wollte deinen Rat einholen. Absolut. Ich helfe gerne. Nach welchen Tipps suchst du? Nun. Ich habe gehört, dass es in Einkaufszentren solche Dinge gibt, die Buggys oder Buggys genannt werden und mit denen man kleine Kinder herumschieben kann. Stimmt das? Ja, das stimmt definitiv. In Einkaufszentren gibt es oft kostenlose Kinderwagen oder Einkaufswagen, mit denen Sie die Kleinen transportieren können. Interessant. Das wusste ich nicht. Und stimmt es, dass ein Einkaufsbummel viel zu Fuß mit sich bringen kann? Oh, auf jeden Fall. Einkaufszentren können riesige, weitläufige Komplexe sein. Sie können leicht mehrere Meilen zurücklegen, indem Sie einfach in den verschiedenen Geschäften stöbern. Wow. Gut zu wissen. Ich muss sicherstellen, dass jeder bequeme Schuhe trägt. Absolut. Bequemes Schuhwerk ist ein Muss für einen erfolgreichen Einkaufsbummel, besonders mit den Kleinen im Schlepptau. Toller Rat. Sollte ich bei der Planung dieser Reise noch etwas beachten? HMM. Lass mich nachdenken. Oh, und packen Sie unbedingt ein paar Snacks und Getränke ein. Einkaufszentren können überfüllt sein und es ist leicht, hungrig zu werden. Guter Punkt. Ich werde sicherstellen, dass ich einige gesunde Optionen mitbringe, damit alle satt sind. Klingt nach einem soliden Plan. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben, während Sie sich auf den großen Einkaufsbummel vorbereiten. Werde ich machen. Vielen Dank für die hilfreichen Tipps, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet. Lektion 3 Abenteuer auf der Bucketlist Guten Morgen, Anna. Ich habe eine spannende Frage an dich. Hallo, John. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe in letzter Zeit viel über meine Bucketlist nachgedacht. Weißt du, all die Orte, die ich besuchen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Oh, interessant. Welche Ziele stehen auf deiner Bucketlist? Nun, der, der mich wirklich angerufen hat, ist der Grand Canyon. Ich habe gehört, er hat die atemberaubendste Aussicht. Der Grand Canyon. Hm? Das ist eine unglaubliche Wahl. Das Ausmaß und die Schönheit dieses Naturwunders sind einfach atemberaubend. Genau das habe ich gehört. Ich kann mir vorstellen, am Rand zu stehen und alles in mich aufzunehmen. Warst du schon einmal dort? Das habe ich tatsächlich. Ich war vor ein paar Jahren dort und es war wirklich beeindruckend. Die schiere Größe und Tiefe des Canyons ist einfach umwerfend. Wow, ich bin so neidisch. Was war dein Lieblingsteil der Erfahrung? HMM. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, mein Lieblingsteil war es, den Sonnenuntergang über dem Canyon zu beobachten. Die Art und Weise, wie sich die Farben verändern und durch die Landschaft tanzen, ist einfach magisch. Oh, das klingt unglaublich. Ich kann es mir jetzt vorstellen. Ich füge das auf jeden Fall zu meiner Musto-Liste hinzu, wenn ich hier bin. Du wirst es lieben, John. Der Grand Canyon ist definitiv ein Reiseziel auf der Wunschliste, das es wert ist, abgehakt zu werden. Ich kann es kaum erwarten. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und mich noch mehr auf diese Reise gefreut hast. Natürlich helfen wir Ihnen gerne dabei, Ihren Abenteuergeist zu wecken. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, wenn Sie mit der Planung Ihres Grand Canyon-Urlaubs beginnen. Werde ich machen. Danke, Anna. Das wird die Reise Ihres Lebens. Lektion 4. Der Rat der Apostel Jo, Anna, ich habe eine Frage, die zum Nachdenken anregt. Oh, faszinierend. Was beschäftigt dich, John? Nun, ich habe darüber nachgedacht, was Jesus zu seinen Aposteln gesagt hat, und ich bin neugierig auf ihre Meinung. Ah, ich verstehe. Die Lehren Christi sind sicherlich tiefgründig und regen zum Nachdenken an. Welcher Aspekt interessiert Sie besonders? HMM, ich bin besonders neugierig auf den Rat, den Jesus seinen Aposteln gab, als er sie darauf vorbereitete, seine Mission fortzusetzen. Das ist ein faszinierendes Thema. Soweit ich mich erinnere, betonte Jesus, wie wichtig Glaube, Demut und Dienst am nächsten sind. Genau. Er hat wirklich die Idee verinnerlicht, andere vor uns selbst zu stellen, nicht wahr? Absolut. Jesus forderte seine Nachfolger ständig auf, ein Herz des Mitgefühls zu haben und bereit zu sein, Opfer für das Gemeinwohl zu bringen. Absolut. Und er schien auch zu betonen, wie wichtig Resilienz angesichts von Widrigkeiten ist, oder? Ja, das ist ein gutes Argument. Jesus wusste, dass seine Apostel mit vielen Prüfungen und Schwierigkeiten konfrontiert sein würden, also ermutigte er sie, standhaft in ihrem Glauben zu bleiben und niemals die Hoffnung zu verlieren. Auf jeden Fall. Ich finde es so inspirierend, wie er sie ausgerüstet hat, um seine Mission fortzusetzen, auch wenn der weitere Weg ungewiss war. Ich auch. Die Weisheit und Weitsicht, die Jesus in seinen Lehren an den Tag legte, sind wirklich bemerkenswert. Er bereitete seine Apostel auf Erfolg vor, auch wenn der Weg nicht immer klar war. Du hast es gesagt. Ich denke, wir können heute noch viel aus diesen zeitlosen Lektionen lernen. Absolut. Die Anleitung, die Jesus seinen Nachfolgern gegeben hat, ist in unserer modernen Welt genauso relevant und wirkungsvoll. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke, dass du mit mir darüber geschattet hast, Anna. Es hat mir wirklich viel zum Nachdenken gegeben. Lektion 5 Reiseplanung Hey, Anna. Ich habe eine Frage an dich. Gibt es bestimmte Länder, die du in letzter Zeit besuchen wolltest? Oh, gute Frage. Ich habe tatsächlich über eine Reise nach Italien nachgedacht. Warst du schon einmal dort? Italien. Hm? Das klingt nach einem tollen Reiseziel. Ich habe gehört, dass das Essen und die Kultur dort absolut unglaublich sind. Definitiv. Ich bin so fasziniert von der reichen Geschichte und der atemberaubenden Architektur. Und natürlich sind Pasta und Wein ein großer Anziehungspunkt. Absolut. Italien stand auch schon immer auf meiner Bucketlist. Welche Teile des Landes möchten Sie erkunden? Nun, ich würde gerne in Rom beginnen und all die ikonischen Wahrzeichen wie das Kolosseum und das Pantheon sehen. Und dann vielleicht einen Ausflug in Orte wie die Toskana und die Amalfi-Küste. Oh, die Amalfi-Küste. Das wäre atemberaubend. Ich habe Bilder gesehen und es sieht aus wie ein absoluter Traum. Richtig. Ich kann mir vorstellen, durch die Dörfer an den Klippen zu schlendern und das azurblaue Wasser zu genießen. Es wäre die perfekte Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Vollkommen. Und Sie könnten das mit ein paar Tagen in der Geschichte und Kultur Roms ausgleichen. Klingt nach dem perfekten italienischen Kurzurlaub. Genau. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur darüber rede. Haben Sie darüber nachgedacht, wohin Sie als nächstes gehen möchten? HMM. Nun, ich habe mit dem Gedanken gespielt, Japan zu besuchen. Ich bin wirklich fasziniert von der Mischung aus alter Tradition und moderner Innovation. Japan. Hm? Das wäre eine unglaubliche Reise. Was weckt Ihr Interesse an diesem Reiseziel am meisten? Nun, ich würde gerne die belebten Straßen Tokios erkunden und all die Neonlichter und Hightech-Geräte genießen. Aber ich fühle mich auch zu den ruhigen Zen-Gärten und historischen Tempeln hingezogen. Oh, ja. Diese perfekte Gegenüberstellung macht Japan so verlockend. Sie könnten dort eine so abgerundete Erfahrung machen. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich mit einer ganz neuen Perspektive zurückkommen würde. Reisen hat wirklich eine Art, den Horizont zu erweitern, nicht wahr? Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es gibt nichts Schöneres, als ihre Komfortzone zu verlassen und in eine neue Kultur einzutauchen. Einverstanden. Nun, danke, dass du darüber geplaudert hast, Anna. Ich fühle mich noch mehr inspiriert, mit der Planung meines nächsten großen Abenteuers zu beginnen. Lektion 6. Reisen online buchen Hey, Anna. Hast du schon darüber nachgedacht, deine Italienreise zu buchen? Das habe ich tatsächlich. Ich habe einige Nachforschungen angestellt, wie ich das am besten angehen kann. Oh, ja. Was hast du bisher gefunden? Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Nun, ich habe versucht, direkt über Fluggesellschaften und Hotelwebsites zu buchen. Aber ich erwäge auch, eine Reisebuchungsseite zu verwenden. Interessant. Warum tendieren Sie dazu, eine Buchungsseite zu nutzen? Ich habe gehört, dass Sie manchmal bessere Angebote finden können, wenn Sie über Websites wie Expedia oder Kajak buchen. Sie haben in der Regel mehr Paketoptionen. Ah, ich verstehe. Das macht Sinn. Sind Sie auf bestimmte Angebote gestoßen, an denen Sie interessiert sind? Eigentlich ja. Ich habe ein wirklich nettes Paket gefunden, das den Flug, ein zentral gelegenes Hotel in Rom und eine Führung durch das Kolosseum beinhaltet. Wow, das klingt nach einem tollen Angebot. Welche Einsparungen sehen Sie im Vergleich zur separaten Buchung von allem? Soweit ich das beurteilen kann, spart mir das Pauschalangebot ein paar hundert Dollar, verglichen mit der Buchung von allem Einzeln. Toll. Das ist ein ziemlich großer Unterschied. Ich verstehe, warum das reizvoll wäre. Exakt. Und es nimmt mir die Mühe, alles selbst zu koordinieren, weißt du? Auf jeden Fall. Manchmal lohnt es sich, für diesen Komfortfaktor etwas mehr zu bezahlen. Absolut. Außerdem möchte ich auf jeden Fall die Besichtigung des Kolosseums machen. Also ist es perfekt, sie im Paket zu haben. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde weitermachen und bei diesem Pauschalangebot den Auslöser drücken. Es scheint einfach der beste Weg zu sein, um mein Italienerlebnis zu maximieren. Klingt nach einem klugen Schachzug. Ich bin sicher, du wirst dort eine tolle Zeit haben. Danke, John. Ich freue mich wirklich darauf. Lass mich wissen, wenn du am Ende etwas für Japan buchst, okay? Werde ich tun. Viel Spaß bei der Reiseplanung. Entschuldigung. Wissen Sie zufällig, in welche Richtung die Bushaltestelle ist? Klar. Es ist gleich die Straße runter auf der rechten Seite. Du darfst es nicht verpassen. Ah, okay. Perfekt. Ich habe nur versucht herauszufinden, in welche Richtung ich gehen soll. Gar kein Problem. Es ist direkt an der Ecke, nur einen kurzen Spaziergang entfernt. Toll. Danke für die Anleitung. Ich komme nicht oft hierher. Also will ich sicher gehen, dass ich mich nicht verirre. Verständlich. Diese Gegend kann etwas knifflig sein, wenn Sie sich nicht damit auskennen. Ja, das finde ich heraus. Fährst du hier oft mit dem Bus herum? Ja. Das tue ich sogar. Ich nehme es jeden Tag mit zur Arbeit. Ich helfe Ihnen gerne dabei, die richtige Richtung einzuschlagen. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Nach welcher Buslinie sollte ich suchen? Der Bus 42 ist derjenige, der an dieser Ecke hält. Er fährt etwa alle 20 Minuten. Perfekt. Das ist der, den ich brauche. Okay. Ich glaube, ich habe es jetzt. Gleich die Straße runter auf der rechten Seite. Exakt. Achten Sie einfach auf das große blaue Bushaltestellenschild. Du darfst es nicht verpassen. Verstanden. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich fühle mich jetzt viel weniger verloren. Freut mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Das werde ich tun. Hab einen schönen Rest deines Tages. Lektion 8. Frühstück Bonanza Hey Anna, hast du das köstliche Aroma aus der Küche gerochen? Scheint, als wäre jemand damit beschäftigt gewesen, einen Sturm heraufzubeschwören. Guten Morgen, John. Ja, ich konnte nicht anders, als den köstlichen Duft zu bemerken. Es lässt meinen Magen knurren. Nun, dann schauen wir mal, was es zum Frühstück gibt. Ich bin am Verhungern. Rase dich in die Küche. Der letzte dort muss den Abwasch machen. Oh, du bist dran. Rennt in die Küche. Klingt nach einem Plan. Ich könnte die Bewegung nach dieser herzhaften Mahlzeit gebrauchen. Exzellente Idee. Ich freue mich schon darauf. Lektion 9. Ein herrliches Frühstücksgespräch Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du heute ein paar frischgebackene Croissons mit zur Arbeit gebracht hast. Sie sehen köstlich aus. Ah ja, ich habe auf dem Weg hierher bei der Bäckerei angehalten. Möchtest du einen probieren? Ich habe mehr als genug zu teilen. Das würde ich sehr gerne. Danke. Ich habe seit Ewigkeiten kein gutes Croissant mehr gegessen. Also, wie war dein Wochenende? Hattest du Gelegenheit, dich zu entspannen? Eigentlich war es wunderbar. Ich verbrachte den Samstagmorgen auf dem Bauernmarkt und hatte dann einen gemütlichen Nachmittag mit Lesen im Park. So friedlich und erfrischend. Das klingt reizend. Ich wünschte, ich hätte dich begleiten können. Mein Wochenende war etwas hektischer. Das Haus putzen, Besorgungen machen, das Übliche. Aber ich habe es geschafft, am Sonntagmorgen schön zu joggen. Ah, gut für dich. Bewegung ist so wichtig. Besonders bei unseren sitzenden Tätigkeiten. Dafür sollte ich mir wirklich mehr Zeit nehmen. Nun, Sie wissen, was Sie sagen. Ein gesunder Körper, ein gesunder Geist. Vielleicht könnten wir irgendwann in dieser Woche in unserer Mittagspause zusammen spazieren gehen? Es wäre eine nette Abwechslung. Das ist eine wunderbare Idee. Das fände ich toll. Wir könnten uns einen Salat oder etwas Leichtes holen und die frische Luft genießen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Oh, und bitte, nimm noch ein Croissant. Sie sind einfach göttlich. Lektion 10 Ein lebhaftes Gespräch über Hobbys Guten Morgen, Anna. Mir fiel auf, dass du in letzter Zeit einige köstlich aussehende hausgemachte Leckereien mitgebracht hast. Bist du ein erfahrener Bäcker? Guten Morgen, John. Ja, in meiner Freizeit backe ich gerne. Es ist so ein entspannendes und lohnendes Hobby. Was ist mit dir? Hast du irgendwelche interessanten Hobbys? Nun, so sehr ich deine Backwaren auch liebe, mein Haupthobby ist eigentlich das Lesen. Ich versuche mir jeden Tag Zeit zu nehmen, um mich in einem guten Buch zu verlieren. Lesen Das ist wunderbar. Welche Art von Büchern magst du normalerweise? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Empfehlungen. Ich bin ein großer Fan von historischen Romanen und Abenteuerromanen. Vor kurzem habe ich eine fesselnde Serie über Entdecker im Amazonas-Regenwald gelesen. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Das muss ich meiner Leseliste hinzufügen. Weißt du, neben dem Backen experimentiere ich auch sehr gerne mit neuen Rezepten in der Küche. Ist das so? Nun, ich wäre mehr als glücklich, Geschmackstester zu sein, falls du mal einen brauchst. Ich probiere gerne neue Lebensmittel aus, besonders hausgemachte Gerichte. Es ist ein Deal. Tatsächlich wollte ich schon immer versuchen, ein klassisches italienisches Tiramisu zuzubereiten. Vielleicht kannst du eines Abends zum Abendessen vorbeikommen und der Richter sein. Klingt herrlich. Ich bringe den Wein. Weißt du, es war toll, mit dir über unsere gemeinsame Liebe zur Kochkunst zu chatten. Lektion 11 Eine Reise nach London Hey Anna, ich wollte fragen, hast du irgendwelche lustigen Pläne für dieses Wochenende? Lustig, dass du das erwähnst. John, eigentlich dachte ich darüber nach, diesen Samstag nach London zu reisen. Warst du schon einmal dort? In London? Das klingt fantastisch. Das wollte ich schon immer mal besuchen. Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie zu sehen oder zu tun hoffen? Nun, ich hatte vor, ein paar der klassischen Touristenattraktionen wie den Buckingham Palace und den Tower of London zu besuchen. Aber ich hoffe auch, einige der versteckten Juwelen der Stadt erkunden zu können. Das ist eine tolle Idee. London hat so viel Geschichte und Kultur zu entdecken. Lassen Sie mich die Zugfahrpläne überprüfen. Ich würde gerne zu Ihnen kommen, wenn Ihnen die Gesellschaft nichts ausmacht. Ganz und gar nicht. Ich denke, es würde viel mehr Spaß machen, die Stadt zusammen zu erkunden. Außerdem könntest du mir wahrscheinlich einige weniger bekannte Orte zeigen, die der durchschnittliche Tourist verpassen könnte. Absolut. Ich habe ein paar Lieblingskneipen und Buchhandlungen, die ich gerne mit Ihnen teile. Sag mal, hast du irgendwelche Museen oder Galerien im Sinn, die du gesehen haben musst? HMM, ich dachte an die National Gallery und das V&A Museum, aber ich bin auf jeden Fall offen für Vorschläge. Was denkst du wäre der beste Weg für uns, unsere Zeit dort zu maximieren? Nun, wenn wir einen frühen Zug nehmen, könnten wir wahrscheinlich vor dem Mittagessen ein paar wichtige Sehenswürdigkeiten besichtigen und dann den Nachmittag damit verbringen, weitere Ziele abseits der Touristenpfade zu erkunden. Klingt nach einem Plan. Ich werde weitermachen und unsere Bahntickets buchen. Das wird so ein lustiges Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Schätze wir in London entdecken. Ich auch nicht. Ich habe das gute Gefühl, dass dies eine unvergessliche Reise wird. Teilen Sie mir einfach die Einzelheiten mit und ich bin bereit, diesen Samstag mit Ihnen auf Entdeckungsreise zu gehen. Lektion 12 Jubiläumsfeier Guten Morgen, Anna. Mir fiel auf, dass du heute besonders gut gelaunt zu sein scheinst. Du hast mich erwischt, John. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist mein Hochzeitstag mit meinem Mann. Oh, das ist unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr zwei etwas Besonderes gemacht, um zu feiern? Das haben wir auf jeden Fall getan. Wir haben den Tag mit einem schönen Frühstück in unserem Lieblingscafé begonnen. Und dann gehen wir heute Abend zu einem Konzert, das wir schon lange sehen wollten. Klingt nach einer wunderbaren Art, diesen Anlass zu feiern. Wie lange sind Sie und Ihr Mann schon verheiratet? Fünf Jahre, kannst du es glauben? Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Wir haben so viel zusammen durchgemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir stärker sind als je zuvor. Das ist wirklich inspirierend zu hören. Die Ehe kann eine so schöne und lohnende Reise sein, auch mit ihren Höhen und Tiefen. Absolut. Und weißt du, die kleinen Momente sind genauso wichtig wie die großen Feierlichkeiten. Wie gestern Abend hatten wir nur eine ruhige Nacht, um unsere Lieblingssendung zu sehen und sie war einfach perfekt. Ich liebe das. Die einfachen Freuden zu schätzen ist so wichtig. Haben Sie einen Rat, wie Sie diesen Funken über die Jahre am Leben erhalten können? HMM, ich würde sagen, der Schlüssel ist, sich Zeit füreinander zu nehmen, auch bei vollen Terminkalendern. Und denken Sie immer daran, die kleinen Dinge an Ihrem Partner zu schätzen, in die Sie sich verliebt haben. Das ist eine große Weisheit. Ich bin sicher, Ihr Mann hat großes Glück, sie zu haben. Ich hoffe, ihr zwei habt heute Abend eine absolut wundervolle Jubiläumsfeier. Danke, John. Ich weiß die netten Worte wirklich zu schätzen. Und wer weiß, vielleicht bin ich eines Tages derjenige, der dir zu deinem eigenen Jubiläum gratuliert. Haha, das müssen wir sehen. Im Moment freue ich mich einfach, an deiner Freude teilhaben zu können. Viel Spaß beim Konzert! Lektion 13 Perspektiven des Landbesitzes Nun, soweit ich weiß, war die traditionelle Ansicht, dass das Land dem Adel oder den wohlhabenden Landbesitzern gehört. Aber es scheint, dass es auch andere Gruppen gab, die daran beteiligt waren. Ah ja, das ist ein gutes Argument. Während die Aristokratie und die wohlhabenden Kaufleute sicherlich einen Großteil der Macht besaßen, wenn es um Land ging, hatten auch die einfachen Leute ihre eigenen Perspektiven. Exakt. Ich habe gelesen, dass sogar die Bauern und Arbeiter, die das Land tatsächlich bewirtschafteten, ein Gefühl der Eigentümerschaft und Verantwortung dafür verspürten, auch wenn sie nicht den gesetzlichen Titel besaßen. Das ist faszinierend. Es spricht für die Idee, dass es beim Landbesitz um mehr geht als nur um den Papierkram. Es geht auch um die menschliche Verbindung und um Investitionen in das Land. Absolut. Und es scheint, dass die reicheren Landbesitzer manchmal mit den Einheimischen über die Nutzung und Verwaltung des Landes in Konflikt geraten sind. Interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es dort eine Menge Spannungen und Ressentiments gegeben haben muss, als die mächtige Elite versuchte, die Kontrolle über Land auszuüben, von dem die einfachen Leute dachten, es gehöre ihnen zu Recht. Du hast recht. Es ist ein komplexes Thema ohne einfache Antworten. Aber es ist wichtig zu versuchen, all die verschiedenen Perspektiven zu verstehen, die damit verbunden sind. Ich stimme zu. Wenn wir uns die Nuancen ansehen und die Erfahrungen verschiedener Gruppen berücksichtigen, können wir ein ganzheitlicheres und durchdachteres Verständnis der Dynamik rund um den Landbesitz gewinnen. Auf jeden Fall. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Thema viele Seiten haben kann und wie wichtig es ist, unvoreingenommen zu bleiben. Da gibt es viel zu bedenken. Lektion 14 Spanien erkunden Joana, ich wollte unbedingt eine Reise nach Spanien planen. Hast du irgendwelche Tipps, wie ich das Beste daraus machen kann? Oh, Spanien klingt unglaublich. Ich wollte schon immer mal zu Besuch kommen. Was für Dinge hoffst du dort zu sehen und zu tun? Nun, ich würde gerne alle großen Touristenattraktionen besuchen. Du weißt schon, wie Barcelona, Madrid, Sevilla. Aber ich möchte auch versuchen, wenn möglich, ein bisschen von den ausgetretenen Pfaden abzuweichen. Das ist ein großartiger Ansatz. Spanien hat so viel reiche Kultur und Geschichte, die nicht nur die großen Städte betrifft. Haben Sie darüber nachgedacht? Vielleicht einige kleinere, bezaubernde Städte zu besuchen? Auf jeden Fall. Ich habe über diese weiß getünchten Dörfer auf dem Land gelesen, die absolut malerisch aussehen. Irgendwo, um die echte spanische Lebensweise zu erleben, weißt du? Vollkommen. Und das Essen. Ich habe gehört, dass die Tapas-Szene in Spanien nicht von dieser Welt ist. Sie müssen sicherstellen, dass sie sich die gesamte lokale Küche gönnen. Ganz gewiss. Ich habe schon vor, eine zusätzliche Hose für all das Essen einzupacken, das ich machen werde. Ich kann es kaum erwarten, all die Paella, Kuros und Sangria zu probieren. Haha, guter Plan. Und vergiss nicht, auch Platz für Siestas zu lassen. Die Spanier wissen wirklich, wie man Arbeit und Freizeit unter einen Hut bringt. Absolut. Ich werde in den ganzen entspannten mediterranen Lebensstil eintauchen. Vielleicht lerne ich sogar ein paar spanische Sätze, wenn ich schon dabei bin. Das ist eine tolle Idee. Die Einheimischen werden die Mühe wirklich zu schätzen wissen und sie werden sich auf einer tieferen Ebene mit der Kultur verbinden können. Exakt. Ich möchte, dass diese Reise mehr ist als nur das Abhaken einer Checkliste von Sehenswürdigkeiten. Ich will wirklich alles in mir aufsaugen, weißt du? Ich bewundere diesen Ansatz. Spanien ist ein so lebendiges, facettenreiches Land, jenseits der Oberfläche gibt es so viel zu entdecken. Vollkommen. Ich freue mich wirklich darauf, einzutauchen und ein authentisches spanisches Abenteuer zu erleben. Danke für die tollen Tipps, Anna. Lektion 15 Pelzige Freunde im Park Joana, ich denke darüber nach, meinen Hund dieses Wochenende mit in den Park zu nehmen. Willst du mit deinem Welpen zu mir kommen? Das klingt nach so viel Spaß. Ich bin sicher, unsere Hunde würden gerne herumlaufen und zusammenspielen. Fantastisch! Mein kleiner Kerl war in letzter Zeit zu oft zu Hause eingesperrt. Er könnte die Bewegung und die Geselligkeit gebrauchen. Das gleiche hier. Mein Hund ist so aufgeregt, wenn wir in den Park gehen. Er liebt es, neue vierbeinige Freunde zu finden. Ich wette, sie verstehen sich. Mein Hund ist super freundlich und liebt es, neue Leute und Haustiere kennenzulernen. Das ist großartig. Mein Hund kann anfangs etwas schüchtern sein, aber sobald er warm ist, ist er ein totaler Vollidiot. Haha, nun, ich bin mir sicher, dass sie das Beste auseinander herausholen werden. Parks sind der perfekte Ort für Hunde, um einfach nur Hunde zu sein, weißt du? Auf jeden Fall. Und es wird schön für uns sein, etwas frische Luft zu schnappen und auch die Natur zu genießen. Vielleicht können wir sogar ein kleines Picknick einpacken. Oh, gute Entscheidung. Ich kann einige meiner berühmten hausgemachten Hundeleckerlis mitbringen und du kannst die menschlichen Snacks besorgen. Klingt nach einem Plan. Das wird der ultimative hundefreundliche Parktag. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Ich bin sicher, unsere Welpen werden viel Spaß haben, herumzulaufen und neue Freunde zu finden. Absolut. Das wird der Beginn einer wunderbaren Freundschaft beim Spazierengehen mit dem Hund sein. Ich kann es einfach spüren. Ganz gewiss. Darauf freue ich mich. Lassen Sie mich wissen, welche Zeit für Sie am besten geeignet ist und wir sorgen dafür, dass es passiert. Werde ich tun. Ich erkundige mich bei meinem Hund und melde mich bei dir. Das wird mit Sicherheit der Höhepunkt unseres Wochenendes sein. Ich stimme zu. Zeit, die Hunde rauszulassen. Habe ich recht? Ich kann es kaum erwarten, Anna. Lektion 16. Das europäische Erbe erkunden. Guten Morgen, Anna. Haben Sie über das europäische Erbe politischer Ideen nachgedacht? Ich habe in letzter Zeit darüber gelesen. Oh, das ist ein faszinierendes Thema. Ich würde gerne deine Gedanken hören. Wie hat das europäische Erbe ihrer Meinung nach unsere moderne Welt geprägt? Nun, wissen Sie, wir halten die Grundlagen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und individuellen Rechten, die auf Europa zurückgehen, oft für selbstverständlich. Ohne dieses Erbe hätten wir vielleicht nicht so viel erreicht wie wir. Unbedingt. Die Denker der Aufklärung in Europa haben wirklich den Grundstein für viele der politischen und sozialen Fortschritte gelegt, die wir gesehen haben. Es ist unglaublich, darüber nachzudenken. Exakt. Persönlichkeiten wie Locke, Rousseau und Montesquieu hatten einen so tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung der modernen Regierung und Gesellschaft. M.M.H.M.M. Und vergessen wir nicht die Auswirkungen der französischen Revolution und der amerikanischen Revolution, die sich beide stark auf europäische philosophische Traditionen stützten. Guter Punkt. Diese seismischen Ereignisse haben diese Ideen wirklich in die Praxis umgesetzt und gezeigt, dass sie die Welt verändern können. Auf jeden Fall. Es ist unglaublich, darüber nachzudenken, wie sehr unsere aktuelle politische Landschaft in diesem reichen europäischen Erbe verwurzelt ist. Vollkommen. Und natürlich entwickelt sich das Erbe weiter und prägt auch heute noch neue Ideen und Bewegungen. Es ist ein fortlaufender Prozess. Absolut. Es gibt noch so viel zu entpacken und zu entdecken, wenn es um das europäische Erbe geht. Es ist eine tiefe Quelle der Geschichte und des Denkens. Ganz gewiss. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden, aber ich will das Gespräch nicht monopolisieren. Was sind deine Gedanken zu dem Thema? Ja. Nun, ich denke, es ist ein äußerst wichtiger Teil unserer gemeinsamen globalen Geschichte, der mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung verdient. Es gibt so viel daraus zu lernen. Ich stimme voll und ganz zu. Das europäische Erbe hat so tiefgreifende und nachhaltige Auswirkungen gehabt und es ist wichtig, dass wir es verstehen und feiern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das war eine wirklich spannende Diskussion. Ich freue mich, dass wir dieses Thema gemeinsam untersuchen konnten. Ich auch, Anna. Es war ein wahres Vergnügen, über das europäische Erbe zu sprechen. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast. Lektion 17 Produktivität steigern. Hey, Anna, haben Sie haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Verbesserungen Ihrer Produktivität bemerkt? Weißt du, das habe ich tatsächlich. Ich habe einige neue Strategien ausprobiert und ich habe das Gefühl, dass ich den ganzen Tag über viel mehr Energie habe. Das ist großartig. Was haben Sie getan, um Ihre Produktivität zu steigern? Nun, zum einen habe ich mich bewusst bemüht, regelmäßig Pausen einzulegen und öfter von meinem Schreibtisch aufzustehen. Ich finde, das hilft mir wirklich, neue Energie zu tanken. Ah, das ist ein gutes Argument. Es ist so einfach, einfach durchzupflügen und sich am Ende ausgelaugt zu fühlen. Pausen sind der Schlüssel. Genau. Und ich habe auch versucht, meinen Tag besser zu planen. Weißt du, klare Prioritäten zu setzen und meine Aufgaben zu blockieren. Toll, das ist ein kluger Ansatz. Diese Struktur und dieser Fokus können einen großen Unterschied machen. Vollkommen. Und ich habe festgestellt, dass das Ausblenden von Ablenkungen wie das Schließen unnötiger Tabs und das Stummschalten von Benachrichtigungen ein entscheidender Faktor war. Oh ja, diese kleinen Dinge können sich wirklich summieren und ihre Produktivität beeinträchtigen. Die Minimierung von Ablenkungen ist so wichtig. Absolut. Und die andere Sache, die einen großen Einfluss hatte, ist, dass ich den ganzen Tag über mehr auf mein Energieniveau achte. Ah ja, stellen Sie sich darauf ein, wann Sie sich am besten fühlen und optimieren Sie Ihren Zeitplan entsprechend. Kluger Schachzug. Genau, ich habe gemerkt, dass ich morgens viel produktiver bin, also versuche ich dann, meine wichtigsten Aufgaben in Angriff zu nehmen. Das macht absolut Sinn. Es ist wichtig, aus Ihren natürlichen Rhythmen Kapital zu schlagen. Klingt so, als ob du ein großartiges System hast. Danke, John. Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die ich gemacht habe. Es ist erstaunlich, welchen Unterschied diese kleinen Änderungen machen können. Ganz gewiss. Ich werde einige Ihrer Strategien ausprobieren müssen. Könnte selbst einen Produktivitätsschub gebrauchen. Nun, ich freue mich, weitere Tipps zu geben, wenn Sie interessiert sind. Teamwork lässt den Traum wahr werden, oder? Unbedingt. Ich bin ganz ohr. Das war super hilfreich. Danke für das tolle Gespräch Anna Lektion 18 Die Bison Bounty bewahren Jo, Anna, wusstest du, dass eine einzige Büffeljagd über 30.000 Pfund Fleisch hervorbringen kann? Wo? Das ist eine unglaubliche Menge an Futter aus nur einer Jagd. Wie haben sie das ganze Fleisch damals überhaupt aufbewahrt? Nun, die amerikanischen Ureinwohner hatten einige ziemlich geniale Methoden, es zu konservieren. Sie lagerten das Fleisch oft in Fett ein, um es frisch zu halten. Faszinierend! Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie das logistisch ist. Wo würden sie überhaupt 30.000 Pfund Fleisch hinstellen. Sie waren Meister darin, jeden Teil des Büffels zu nutzen. Nichts wurde verschwendet. Sie trockneten das Fleisch, benutzten die Häute und machten sogar Werkzeuge aus den Knochen. Das ist unglaubliche Nachhaltigkeit und Einfallsreichtum. Ich wette, sie hatten ein gut funktionierendes System für die Verarbeitung und Lagerung des ganzen Fleisches. Oh ja, es war ein gut durchdachter Prozess. Sie schnitten das Fleisch in dünne Streifen und trockneten es in der Sonne, um Trockenfleisch herzustellen. Klug. Das Trocknen würde dazu beitragen, dass es viel länger hält. Und es in Fett zu lagern ist genial, um es frisch zu halten. Exakt. Diese Jäger wussten, was sie taten. Sie hätten genug Fleisch von einer Jagd, um ihren ganzen Stamm monatelang zu ernähren. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Ich habe großen Respekt vor ihrer Fähigkeit, jedes bisschen von dem Bisonpopus zu maximieren. Ganz gewiss. Sie waren wahre Meister des Überlebens und der Nachhaltigkeit in der Wildnis. Es ist faszinierend, mehr über diese alten Techniken zur Lebensmittelkonservierung zu erfahren. Da wird einem wirklich bewusst, wie einfallsreich sie sein mussten. Absolut. Das sind definitiv einige Lektionen, aus denen wir alle heute lernen könnten. Daran besteht kein Zweifel. Danke, dass du diese interessante Geschichte geteilt hast. John, das gibt dir wirklich eine neue Perspektive. Jederzeit freue ich mich, mich über solche Dinge zu informieren. Das weckt bei mir Ehrfurcht vor dem unglaublichen Einfallsreichtum unserer Vorfahren. Lektion 19 Die Kunst der Kreativität Guten Morgen, Anna. Ich wollte fragen, was ist deine Meinung zum besten Künstlerbedarf für angehende Künstler? Oh, das ist eine gute Frage. Da ich selbst ein bisschen Kunstliebhaber bin, habe ich definitiv ein paar Gedanken dazu. Toll, ich bin ganz ohr. Ich wollte meine kreative Seite mehr entdecken, aber ich bin ein bisschen überwältigt von all den Möglichkeiten, die es gibt. Das verstehe ich vollkommen. Nun, ich würde sagen, ein guter Ausgangspunkt ist es, in ein paar hochwertige Buntstifte, einen schönen Skizzenblock und ein paar einfache Pinsel Pinsel investieren. Ah, das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die Qualität der Materialien einen großen Unterschied machen kann, oder? Unbedingt. Je besser das Material, desto befriedigender der kreative Prozess. Und vergisst Dinge wie Mischwerkzeuge und Radiergummis nicht. Gute Entscheidung. An diese kleinen Extras hätte ich nicht einmal gedacht. Gibt es Ihrer Meinung nach noch andere unverzichtbare Artikel? HMM, lass mich nachdenken. Oh, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich ein Set Zeichenstifte in verschiedenen Strichstärken zu besorgen. Sie sind super vielseitig. Oh, Zeichenstifte, verstanden. Und was ist mit Farbe? Gibt es bestimmte Typen, die du Anfängern empfehlen würdest? Nun, Acrylfarben sind ein guter Anfang. Sie sind erschwinglich, einfach zu verarbeiten und man kann sie gut schichten. Toll, das ist wirklich hilfreich. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt das wesentliche gut verstanden habe. Freut mich, dass ich helfen konnte. Oh, und noch etwas. Vergessen Sie nicht ein qualitativ hochwertiges Skizzenbuch. Das ist der Schlüssel zum Ausbau Ihrer Zeichenfähigkeiten. Richtig, notiert. Das ist alles sehr wertvoll. Anna, ich kann es kaum erwarten, meine Malutensilien zusammenzustellen. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass du einige tolle Stücke kreieren wirst. Denk daran, Spaß an dem Prozess zu haben. Absolut. Das ist der springende Punkt, nicht wahr? Vielen Dank für die tollen Tipps. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Jederzeit. John, ich freue mich, dass ich helfen konnte, deinen kreativen Funken zu entfachen. Lass mich wissen, wie es läuft, okay? Werde ich tun. Das war ein großartiges Gespräch. Sie kennen sich wirklich aus, wenn es um Künstlerbedarf geht. Lektion 20 Vertragsgespräche Guten Tag, Anna. Ich wollte unseren Vertrag besprechen. Ich glaube, wir könnten ihn durch ein paar wichtige Ergänzungen stärken. Interessant. John, ich bin ganz ohr. Welche Art von Ergänzungen hatten Sie im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten genauere Angaben zu den Ergebnissen und dem Zeitplan machen. Das würde dazu beitragen, klarere Erwartungen zu wecken. HMM, das ist ein gutes Argument. Definitäre Meilensteine und Termine könnten unseren Arbeitsablauf definitiv optimieren. Exakt. Und vielleicht könnten wir auch einige Formulierungen rund um geistige Eigentumsrechte einbeziehen. Gute Entscheidung. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass wir ein gemeinsames Verständnis von Eigentums- und Nutzungsrechten haben. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass wir beide vollständig geschützt sind, wenn wir dieses Projekt vorantreiben. Einverstanden. Gibt es weitere Bestimmungen, die ihrer Meinung nach den Vertrag stärken würden? Nun, eine andere Sache, die ich im Sinn hatte, war eine Streitbeilegungsklausel. Nur für den Fall, dass wir auf der ganzen Linie auf irgendwelche Hindernisse stoßen. Das ist kluges Denken. Ein klares Verfahren zur Konfliktlösung würde uns beiden Sicherheit geben. Vollkommen. Ich denke, es ist besser, all diese Details im Wohraus zu klären, weißt du? Vollständig. Je umfassender der Vertrag, desto reibungsloser wird die Zusammenarbeit sein. Genau meine Gedanken. Was denkst du? Sollen wir einen Termin vereinbaren, um den Vertrag gemeinsam zu überprüfen? Klingt gut für mich. Ich nehme mir gerne etwas Zeit, um es Zeile für Zeile durchzugehen. Hervorragend! Ich weiß es zu schätzen, dass Sie so offen dafür sind, unsere Vereinbarung zu stärken. Es wird dieses Projekt grundsolide machen. Ebenso. John, ich freue mich, dass wir beide auf derselben Wellenlänge sind, was die Verschärfung der Vertragsdetails angeht. Absolut! Das war ein wirklich produktives Gespräch. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auf Erfolg vorbereiten. Lektion 21 Einschüchterung überwinden Guten Morgen, Anna. Ich wollte mit dir über etwas sprechen, das mir in letzter Zeit durch den Kopf geht. Ach, was ist das, John? Nun, ich habe Augenkontakt in bestimmten Situationen als etwas einschüchternd empfunden. Ich verstehe. Das kann für manche Menschen definitiv eine Herausforderung sein. Was glaubst du, trägt zu diesem Gefühl für dich bei? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, es könnte damit zu tun haben, dass sie sich verwundbar oder in Verlegenheit gebracht fühlen. HMM, das ist verständlich. Augenkontakt kann sich sehr intim anfühlen und uns auf eine Weise aussetzen, die manche als unangenehm empfinden. Exakt. Und in professionellen Umgebungen kann es sich noch intensiver anfühlen, weißt du? Absolut. Es ist, als ob in einem formelleren Kontext ein zusätzlicher Druck entsteht. Auf jeden Fall. Irgendwelche Vorschläge, wie ich daran arbeiten kann, mich mit Augenkontakt wohler zu fühlen? Nun, eine Sache, die mir geholfen hat, ist, mich daran zu erinnern, dass es eine Einbahnstraße ist. Augenkontakt ist ein Zeichen von Selbstvertrauen und Engagement. Das ist ein gutes Argument. Ich neige dazu, es als die andere Person zu betrachten, die versucht, mich zu lesen und nicht als gegenseitigen Austausch. Richtig. Versuchen Sie, es so umzuformulieren, dass Sie aktiv zuhören und Kontakte knüpfen können, anstatt in Verlegenheit gebracht zu werden. HMM, ich mag diese Perspektive und vielleicht kann ich klein anfangen, mit kürzeren Augenkontakten. Exakt. Kleine Schritte. Sie können die Dauer schrittweise erhöhen, während Sie diesen Komfortmuskel aufbauen. Das macht Sinn. Und vielleicht kann ich mich auch darauf konzentrieren, in bestimmten Teilen eines Gesprächs den Augenkontakt aufrecht zu erhalten. Auf jeden Fall. Bestimmte Momente genau zu bestimmen, zum Beispiel, wenn Sie einen wichtigen Punkt ansprechen, kann dazu beitragen, dass es sich natürlicher anfühlt. Toller Rat. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, das mit mir zu besprechen, Anna. Natürlich. John, gerne überlege ich, wie sie sich wohler fühlen können. Es ist eine wichtige Fähigkeit, die es zu entwickeln gilt. Das ist es wirklich. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit ein bisschen Übung diese Hürde überwinden kann. Absolut. Denk einfach daran, Geduld mit dir selbst zu haben. Die Überwindung von Einschüchterungen erfordert Zeit und konsequente Anstrengungen. Guter Punkt. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich daran arbeite, meinen Augenkontakt Komfort zu verbessern. Lektion 22 Suche nach einer günstigen Wohnung. Sag mal, Anna, ich war auf der Suche nach einer neuen Wohnung und könnte deine Meinung gebrauchen. Oh, wirklich. Was für einen Ort suchst du, John? Nun, ich hoffe, etwas Erschwingliches zu finden, idealerweise etwa 1.200 Dollar pro Monat. HMM, 1.200 Dollar pro Monat. Das ist ein ordentliches Budget, mit dem man arbeiten kann. Worauf konzentrieren Sie Ihre Suche? Ich habe in der Innenstadt gesucht, aber die Preise dort scheinen ziemlich hoch zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Die Innenstadt ist normalerweise am teuersten. Haben Sie die Vororte oder Außenbezirke in Betracht gezogen? Das ist ein gutes Argument. Ich habe diese Gebiete noch nicht wirklich erkundet. Irgendwelche Empfehlungen? Nun, es gibt ein Viertel etwa 15 Minuten außerhalb des Stadtzentrums, das ziemlich erschwinglich ist. Es gibt dort viele neuere Apartmentkomplexe. Oh, das klingt vielversprechend. Was ist die allgemeine Stimmung in dieser Gegend? Es ist ein aufstrebendes Viertel mit einer schönen Mischung aus jungen Berufstätigen und Familien. Viele Geschäfte und Restaurants befinden sich ebenfalls in der Nähe. Das klingt genau nach meinem Geschmack. Was ist die Durchschnittsmiete für ein Schlafzimmer in dieser Gegend? Nach allem, was ich gesehen habe, könnten Sie wahrscheinlich ein schönes Schlafzimmer im Bereich von 1.100 bis 1.300 US-Dollar finden. Perfekt, das passt gut zu meinem Budget. Ich werde mir die Gegend auf jeden Fall ansehen. Fantastisch, ich freue mich, dass ich dich in die richtige Richtung weisen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps zur Wohnungssuche benötigen. Werde dich machen. Vielen Dank, Anna. Das gibt mir einen guten Ausgangspunkt für meine Suche. Ich helfe gerne. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach dem perfekten neuen Ort. Ich weiß es zu schätzen. Ich werde dich über den Verlauf der Wohnungssuche auf dem Laufenden halten. Lektion 23 Vorbereitungen für den Filmabend. In Ordnung, Anna. Freust du dich genauso, wie ich auf unseren Filmabend an diesem Wochenende? Unbedingt. Darauf freue ich mich schon ewig. Hast du es geschafft, die Snacks und Getränke zu bekommen, die wir brauchten? Darauf kannst du wetten. Ich habe mich mit allem Nötigen eingedeckt. Popcorn, Süßigkeiten, Limonade, so weiter. Denkst du, wir sollten uns sonst noch was schnappen? HMM, lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Wir sollten auch etwas Eis holen. Man kann nie zu viele Filmsnacks essen. Exzellente Idee. Ich werde sicherstellen, dass das zur Liste hinzugefügt wird. Gibt es noch etwas, das du abholen möchtest, während wir unterwegs sind? Nun, ich habe in der Videothek ein paar neue Erscheinungen entdeckt, die vielversprechend aussahen. Könnte Spaß machen, sie sich anzusehen. Oh, gute Entscheidung. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche neuen Titel sie haben. Das wird der beste Filmabend aller Zeiten. Ich stimme zu. Wir werden so viel Spaß haben. Ich kann das butterartige Popcorn schon fast riechen. Ich auch. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. In Ordnung. Stellen wir sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen. Hört sich gut an. Ich überprüfe die Liste noch einmal und treffe dich im Laden, okay? Perfekt. Wir sehen uns bald. Das wird episch. Ich spüre es.